Im Muggel, da herrscht Dummheit! Die Dummheit? Was meinen Sie damit? Hier! Schau! Überall auf der Straße laufen dumme Menschen rum, die mit einem Smartphone euch TV senden und zeigen, die euch ebenfalls verdumm lassen! Nee, überall dumme Menschen! Aber wie kommen wir da durch? Oh, kampflos jedenfalls nicht! Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Unter uns ist ein Maulwurf! Ein Maulwurf? Oh nein, nicht Ratchet aus der Backbarnabteilung! Der Duck-Tessor! Wo hast du denn deinen Kittel gelassen? Den habe ich wohl... ...verschlammt? Jaaaa! Der schöne Kittel! Geht hin und verbreitet! Geht hin und verbreitet! Und ihr geht hin und verbreitet!